Und hier liegt eine PET-Flasche. Hurra! Hier kann man keine Hufeisen sammeln, sondern PET-Flaschen. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 2013. So, erstmal vielen Dank, dass der erste Part so gut bei euch angekommen ist. Und, ja, ich würde dann direkt mal sagen, schnippeln wir hier direkt mal weiter. B, V, G, Verzeihung. Ich bin immer noch B vom Maschine anschalten gewöhnt. Keine Ahnung warum, aber, nun gut, sollte jetzt eigentlich, ja, nicht ganz so schlimm sein, dass ich mich da manchmal verdrücke. Naja, egal, erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr den ersten Part wirklich so schön aufgenommen habt. Es hat mir richtig Spaß gemacht zu sehen, dass, ja, dass sich doch einige Simulator-Fans unter meinen Abonnenten befinden. Und, ja, war richtig toll auf jeden Fall. Und dann möchte ich erstmal einige Fragen aus dem, ja, ersten Part direkt klären. Jetzt, 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 warte, 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 spiel. Ich mach mal kurz so, sorry, sonst, bah, dieses Geräusch von dem Mähdrescher ist hier nicht ganz so gut gewählt, muss ich leider sagen. Und zwar möchte ich ganz kurz, da waren nämlich einige sinnvolle Fragen dabei. Die hab ich mir jetzt nur leider nicht notiert. Ja, zum Beispiel, ähm, ist es eigentlich noch möglich, an die Mods zu kommen? Ja, klar, natürlich. Ähm, erstmal wieder Rohr ausgefahren. Ne, ähm, natürlich, ich kann euch gleich zeigen, dass ich selber noch Mods installiert habe. Oder installiere, generell installiert haben. Die hab ich mir nämlich auf einer Seite runtergeladen. Ähm, ich hab grad den Namen von der Seite vergessen. Ich denke, wenn die Mods dann das erste Mal zum Einsatz kommen, werde ich's dann auch erwähnen. Aber noch benutzen wir die ja nicht. Deswegen erstmal nicht so schlimm. Das war eigentlich auch relativ einfach zu installieren. Das waren eigentlich nur Exeter-Teilen, die installiert wurden. Und ich denke, es sollten schon ziemlich, äh, qualitativ hochwertige Teile sein. Weil wir uns einfach, ähm, das Gewinner des Mod-Contests von 2009 waren. Und ich denke, das, ja, bübt schon ein bisschen für Qualität. Wenn man sagt, okay, gut, es war Gewinner des Mod-Contests 2009. Und dann, äh, kommt jeden Tag eine Folge. Und wann kommt sie immer? Ähm, dazu möchte ich kurz sagen, generell, auch für andere Projekte. Wenn ihr wissen wollt, wann sie kommt, schaut in meinen Upload-Plan. Gut, dir kann ich's jetzt nicht verübeln, weil du, ähm, hast gefragt, als ich das noch nicht aktualisiert hatte. Aber mittlerweile habe ich's aktualisiert. Und es ist, äh, zu finden bei mir im Upload-Plan. Heißt, wenn ihr jetzt einfach in den Upload-Plan schaut, steht dann immer, wann genau Landwirtschafts-Immulatrop kommt. So. Ich hatte das eigentlich vor, alle zwei Tage zu machen, aber ich hab da jetzt doch mal eine kleine Änderung getroffen. Ach ja, was mir noch aufgefallen ist, es gibt übrigens keine zwei, ähm, Dinger. Ich kann nicht, äh... Ah, Mist. Ich möchte kurz was machen. Ich kann nicht, äh, springen. Ich muss hier, äh, Screen-Hot. Weil ich möchte hier einen schönen Screenshot haben, davon. Ja, genau. Schön. Nun gut, nehmen wir einfach den. Oder ich nehme einen aus dem Video dann später. Ne, äh, man kann halt nicht springen. Ah, ne, ich sollte erstmal hier die Karre weg, äh, stellen. Ich glaube, den Trecker hier lasse ich jetzt erstmal am Feldrand stehen. Der ist ja noch nicht ganz so voll. Der ist ja erst bei 35 Prozent. Da sollte also noch eine Ladung reinkommen. Dün, dün, dün. Äh. So, warte spielen. Hab grad hier kurz geschaut. Ob da noch, äh, gewisse andere Kommentare drinnen stehen. Aber mach ich dann am Ende der Line. Also, nicht der Line, der Reihe jetzt hier. Ähm, Line ist da doch, ich denke, der etwas falsche Begriff. Ups, das war. Warum bin ich jetzt auf einmal aus dem Termomaten rausgeflogen? Nun gut, egal. Sind das denn Autos? Ja, tatsächlich. Hab ich jetzt gar nicht so erkannt, weil die schon relativ klein sind. Und hier liegt eine PET-Flasche. Hurra! Äh, hier kann man keine Hufeisen sammeln, sondern PET-Flaschen. Auch wieder für die 2013-Spieler. Das macht ganz einfach, dass die Fahrzeuge, ähm, wenn man sie verkauft, mehr Gelderstattung geben. Ähm, ja. Sonst eigentlich, ehrlich gesagt, keine Fragen mehr. Wolle ich nur nochmal sicher gehen. So, ich hoffe, ich hab jetzt vorweg alles mal so ein bisschen, äh, kein Licht anmachen. Nein, auch kein, oh, 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 hier. Ja, dankeschön. Jetzt bitte einmal, so. Boah, diese Tastenbelegungen. Wie ihr seht, auch damals war der Landwirtschaftssimulator schon höchst komplex. Also wirklich, es ist echt krank, wie viele Tasten man hier hat. Und später, wenn wir vielleicht einen Frontlader haben werden, dann, okay, gut, dann wird's ziemlich schwierig. Und ich muss mich nochmal korrigieren, zumindest meine Aussage aus dem letzten Part. Ähm, man hat am Anfang doch ein paar mehr Felder zur Verfügung. Also, ähm, ich dachte ja, es wären jetzt vier oder, ja, so knapp vier Felder, die voll sind mit, ähm, Getreide. Nein, es gibt noch weitaus mehr. Ich weiß jetzt nicht genau, wo alles was steht. Deswegen kann ich euch das leider nicht sagen. Aber was ich weiß, ist zumindest, dass hier nix verderben kann. Und wir deswegen unendlich viel Zeit haben, all den Kram, der vom Spiel schon gegeben ist, abzuerdeln. Ich nehm das hier mal kurz mit. Und fahre hier kurz zurück und nehmen dann hier an, wir fangen hier an dem Ende an. Ne? So. Auch da schön mit Windrädern und, ah, das ist... Göttlich. Endlich mal wieder, ja, einen Landwirtschaftsunator spielen, der mich nicht komplett überfordert. Wurde auch gesagt, ähm, Tui, hey, mach doch mal wieder ein Megaprojekt mit. Die haben da jetzt einen Schadensmod. Äh, am Arsch. Am Arsch. Ich wurde ja wieso schon immer, äh, ja, ähm... Ich hab mir ja wieso schon immer blöde Kommentare eingefangen, weil ich ja nicht ganz so ordnungsgemäß gefahren bin, wie die das da handhaben wollten. Und wenn ich jetzt einen Schadensmod habe, dann, ja, wenn ich... Selbst wenn ich wieder freiwillig eintreten würde, ich glaube nicht, dass sie mich lassen würden. Also, von daher... Ist halt auch gegessen. Zudem... Ah, nee, einfach nee. Hab da nicht mehr so die Lust drauf. Äh, generell... Ich wollte ja mal mehr mit Together-Projekten anfangen. Aber ich muss ehrlich sagen... Jops, das hat... Sorry, Mikrofon gedreht. Ähm, Together-Projekte sind so... So... Ja, das ist einfach... Das ist für mich nicht komfortabel. Sorry. Das ist einfach... Ich muss mich erstens verabreden mit einem zum Aufnehmen. Äh, ich muss ihn ja noch nicht mal kennen, aber ich muss einen festen Termin aufmachen. Zum Beispiel Samstag, 19 Uhr oder so. Heißt, in die Zeit kann ich dann schon mal nix mehr anderes unternehmen. Und dann muss ich noch, ähm... Kann ich den Spielsound nicht ganz laut haben. Ich drehe den Spielsound... Ich hab generell, wenn ich alleine aufnehme, alles immer ganz laut. Somit, äh, oder dass ich dann später hin einfach nur den Spielsound leiser machen muss. Meine Stimme dann höher pegeln muss. Da ich ja nicht mit, ähm... Fraps den Dextop... Äh, nicht mit Fraps meine Stimme auch... Aufnehme, sondern nur den Desktop-Sound. Und meine Stimme nehme ich ja mit Outer City auf. Deswegen ist es so für mich in der Nachbereitung wesentlich komfortabler. Zudem, äh, ja... Kann ich dann so eine gewisse Asynchronität verstecken, weil... Ihr werdet jetzt nie merken, ob ich, äh... Gerade über das Thema rede, wenn ich jetzt hier in der Mitte der Bahn bin oder ja schon am Ende. Das juckt auch keines. Das spielt ja nur später bei der Verabschiedung eine Rolle. Dann schneide ich irgendwo kurz oder ich mach die ganze Tonfroh ein bisschen schneller, wenn mir das nicht so auffällt. Und dann merkt ihr das alle gar nicht. Also heißt es für mich schon mal wesentlich... Ja, quasi benutzerfreundlicher. Und dann, äh... Aus Erfahrung würde ich mal gerne sagen... Oder was heißt aus Erfahrung? Also ich... Ja, doch ein bisschen vielleicht auch aus Erfahrung. Irgendwann gehen einem die anderen... Ja, die Kutubeserpartner, sag ich mal, ein wenig auf den Schnürsenkel. Und dann kommt es zu, zu Streit. Und das ist nicht so schön. Das kommt oft bei den Zuschauern nicht gut an, wenn man sich da zofft in der Aufnahme. Und, äh... Hm. Da bin ich ehrlich gesagt lieber alleine und hab meine Ruhe. Und falls, äh... Falls es auch nicht zu Streit kommen sollte, jetzt im Projekt, sondern außerhalb, dann ist da wieder große Palabra. Und, ne, da hab ich ehrlich gesagt gar keinen Bock drauf. So Gastauftritte wie letztens zum Beispiel in Feed the Beast mit meinem Klassenkameraden finde ich eigentlich richtig cool. Mache ich auch gerne bei anderen YouTubern. Ähm, also wenn ich da Bock drauf hab, ne, das heißt jetzt nicht, dass ihr mir alle Nachrichten schreiben müsst. Hey, mach doch mal bei mir mit. Ähm, ja. Finde ich eigentlich richtig klasse. Würde ich auch machen, aber... So ein dauerhaftes Let's Play Together... Ich weiß nicht. Also... Da hab ich ehrlich gesagt nicht so wirklich die Lust und auch die Zeit für, weil... So nehm ich, äh, ich nehm ja am liebsten eigentlich ein Part am Stück auf und dann hör ich auf. Und wenn man dann, ich sag mal, sich jetzt für Samstag 19 Uhr verabredet, 5 Parts die Woche bringen will, oder sagen wir auch mal 7, heißt jeden Tag einen Part, dann muss ich, äh, ganz einfach 7 Parts am Stück aufnehmen. Aber ich bin eigentlich einer... Ich nehm nicht so gerne sehr viel im Voraus auf, weil ich dann oft die Zeitplanung verliere. Zum Beispiel Elder Scrolls Online Beta. Die Hälfte der Videos, oder was heißt die Hälfte? Ich hab nur ein Drittel der Videos gesehen, die ich überhaupt aufgenommen habe. Ganz einfach, weil ich so viel im Voraus produziert habe. Und das muss ich sagen, ist dann, äh, ja, einfach vergeudet die Zeit. Eigentlich lieber privat spielen können. Und deswegen... Hm. Deswegen bin ich eigentlich eher so ein Typ, der sagt, okay, nimmst du ein bisschen was im Vorrat auf, äh, vielleicht auf ein, zwei Tage. Aber halt nicht mehr, sondern nur so, dass du halt immer genau schauen kannst, okay, du weißt, wie lange du noch auskommst. Und bei Elder Scrolls Online Beta war ich jetzt quasi gezwungen, viel am Stück aufzunehmen. Da ganz einfach, dass es halt nur eine Close Beta war, welche, ähm, eher nach ein paar Tagen dann schon vorbei war. Und ich wollte ja so viel wie möglich aufnehmen in der Zeit, deswegen war ich dazu jetzt leider gezwungen. Hab da ein bisschen übertrieben. Aber nun gut. Ich werde jetzt, äh, oder ich... Deswegen hasse ich es auch, wenn ich, äh, in die Ferienfahrtrund dann aufnehmen muss. Im Voraus, das hasse ich wie die Pest. Ich weiß auch nicht, warum. Das ist einfach... Das mag ich einfach überhaupt nicht. Weil, ähm, mit, äh, zunehmender Zeit werde ich immer langweiliger. Heißt, früher habe ich mir zum Beispiel immer bei LS13 schon bei einem Part die Frage gestellt. Okay, worüber laberst du jetzt? Und wenn ich dann zwei Parts aufgenommen habe, Hm, wurde schon schwieriger, die Zeit da ein bisschen zu überbrücken. Drei war fast unmöglich und vier ging gar nicht, wenn ich alleine aufgenommen habe. Weil, ganz einfach, ich konnte ja... Also, ich kann ja über nicht... Also, ich habe mich gar nicht dementsprechend darauf vorbereitet. Das war einfach so die Qual. Und, ich sag mal so, bei Landwirtschaftsimulator die Tätigkeit zu moderieren, die ich gerade ausführe. So, wie ich das ganz, ganz früher gemacht habe. Heißt, okay, als ich mit Minecraft noch, äh, gemacht, äh, angefangen habe. Okay, jetzt bauen wir mal hier den Block ab. Hier noch die ein bisschen Kohle. Oh, da haben wir noch Eisen gefunden. Das nehmen wir auch nochmal mit. Geht bei Minecraft. Minecraft ist jetzt nicht so wirklich der Burner. Aber, heißt, wenn man bei einer Höhe der Erkundungstour ist, kann man sozusagen seine Pläne dem, ähm, Zuschauern mitteilen. Und Minecraft ist, sag ich mal, zum Vergleich noch ziemlich abwechslungsreich. Und, äh, so heißt es, es kommen schneller verschiedene Dinge aufeinander. Und jetzt halt in LS13 war es dann, okay, gut, wir gehen jetzt mal das Feld, ähm, man, äh, ne, dreschen. Okay, habe ich dann auch oft gesagt. Und was kam danach? Danach kam dann einfach, er hätte dann einfach gekonnt, so, jetzt fahren wir hier erstmal geradeaus. Ah, am Ende der Reihe fahren wir dann nach hinten. Oder drehen wir dann einmal. Ja, dann fahren wir jetzt wieder geradeaus. Aber das wäre einfach scheiße gewesen. Und deswegen bin ich da eher nicht so für. Gut, ich fahre jetzt nur noch nach hinten zum Feld hin, weil, ich würde sagen, das grubbern wir schon direkt. Auch wenn wir es jetzt nicht unbedingt direkt neu anpflanzen werden. Aber das grubbern wir erstmal. Und ich lagere jetzt auch erstmal alles ein. Aber, ähm, das alles, heißt das grubbern, sehen wir dann im nächsten Part. Ich würde mich dann auf jeden Fall über eine positive Bewertung, einen Kommentar oder was auch immer freuen. Ja, und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Tschüss!